Hallo, hi und herzlich willkommen zum neuen Video. Endlich geht die Saison wieder los, das heißt für mich, ich bin wieder für euch unterwegs. Los geht es diese Saison mit dem Stadion des SV Sandhausen. Viel Spaß dabei! Das Hartwaldstadion, wie bei so vielen Stadien gibt es als Mitarbeiter auch hier einen Namensponsoring. Offiziell heißt das Stadion DWT Stadion am Hartwald. Ist ein Stadion in der baden-württembergischen Gemeinde Sandhausen und Heimspielstätte des SV Sandhausen, der auch Eigentümer des Stadions ist. Eröffnet wurde das Stadion 1951 als Sandplatz. Zehn Jahre später kam der Rasen dazu. Nach diversen Um- und Ausbauten erreichte das Stadion die heutige Kapazität von 15.033 Zuschauern. Diese Kapazität ist aufgeteilt in 6.293 Sitz und 8.740 Stehplätzen. Die Eintrittspreise betragen zu dieser Saison zwischen 7 und 35 Euro. Bei der Anreise aus Süden, Norden oder Osten über die Autobahn A5 wird darum gebeten, die Ausfahrt Wiesloch-Walldorf zu benutzen. Bei dem Verlassen der Autobahn bitte Richtung Waldorf, Heidelberg und Sandhausen weiterfahren. Wenn Sie Waldorf passiert haben, bitte die Ausfahrt Sandhausen-Süd für die Parkplätze Sandhäuser-Höfe benutzen. An den Heimspieltagen werden Sie von den Ordnern zu den jeweiligen Parkplätzen weitergeleitet bzw. eingewiesen. Schon jetzt sei darauf hingewiesen, dass bei Spielmethoden Zuschauerinteresse darum gebeten wird, rechtzeitig anzureisen bzw. die Anreise richtig zu planen. Die Buslinien 720, 721 des Verkehrsverbundes Rhein-Neckar halten direkt vor dem Stadion an der Haltestelle Sportzentrum. Die Eintrittskarte berechtigt am Veranstaltungstag bis zum darauffolgenden Tag um 3 Uhr zur Fahrt mit allen Bussen, Straßenbahnen und freigegebenen Zügen. Näheres erfahrt ihr auf der Homepage des VRN. Bei Anreise mit der Bahn können Sie mit der S-Bahn Linien 3 und 4 zur Haltestelle St. Ilgen-Sandhausen fahren. Von dort aus stehen Shuttle-Busse ab 2 Stunden vor Spielbeginn bereit. Auch hier möchte ich wieder auf die Gültigkeit der Eintrittskarte als Fahrausweis hinweisen. Genaues, wie schon erwähnt, ist auf der Homepage des VRN zu finden. Alle weiteren Informationen packe ich euch wie immer unten als Link in die Beschreibung. Nach meiner Ankunft war es von meinem Parkplatz aus nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion. Dort angekommen hat man auf den ersten Blick nicht den Eindruck, dass es sich um ein Fußballstadion handelt. Wenn man sich im Stadion umsieht, merkt man schon, dass es mehrfach außen umgebaut wurde. Die einzelnen Tribünen passen meiner Meinung nach teilweise nicht wirklich zusammen. Dennoch ist es ein kleines, aber feines Stadion. Auch das wird es diese Saison wieder geben. Das Bild vom Stadionmenü. Kommen wir wieder zur abschließenden Bewertung meines Besuchs. Ich weise wie immer darauf hin, dass diese Bewertung nur meine eigene Meinung widerspiegelt. Andere können und dürfen eine andere Meinung haben. Verkehrsanbindung Mit dem Auto ist man schnell am Stadion. Ausreichende Parkplätze gibt es auch und vom Bahnhof aus wird ein Bush-Shuttle angeboten. Lobenswert ist, dass das Ticket bis zum nächsten Tag als Fahrschein zur An- und Abreise verwendet werden kann. Acht von Zehn. Stimmung Stimmung machten fast nur die Gäste-Fans. Die Heimfans waren kaum zu hören. Vier von Zehn Stadionmenü Das Bier und die Bratwurst waren sehr lecker und kosteten 7,50 Euro. Dass auf dem Becher Pfand zu zahlen ist, habe ich auf den ersten Blick nicht gesehen. Vielleicht hier besser darauf hinweisen. Neun von Zehn Sicht Die Sicht ist von einigen Plätzen stark eingeschränkt. Sonst ist man nah dran. Acht von Zehn Stadion Wie schon gesagt, merkt man, dass das Stadion mehrfach um- bzw. ausgebaut wurde. Es ist ein kleines, aber feines Stadion ohne großen Komfort, aber völlig ausreichend. Acht von Zehn Damit erreicht das BWT-Stadion am Hartwald 37 von 50 möglichen Punkten und liegt damit auf Platz 4. Und das war es auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir ein Like und ein Abo da. Wenn nicht, schreibt mir das unten in die Kommentare rein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Da geht es für mich zur Heimspielstätte des VfB Stuttgart in die Mercedes-Benz Arena. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.